hey wo sind gott ihr kommt zu einem live stream wir haben es 18 uhr 8 ja und mittwoch den 14 27 21 jahre schön sie da seid wir sind jetzt live ja ich habe noch kurz zu trinken geholt und so ich habe noch nie gespielt ich habe irgendwie man weiß man muss irgendwas mit paketen ich habe das noch nie gespielt ich habe nie das pack ich hab mal kurz die bilder angucken und den trailer doch mal gesehen und wann so aber nicht so komplett aber so mal irgendwelche tritt spät auf oder irgendwas ich habe keine ahnung ich hatte bock auf das spiel aktuell das sieht ganz nice aus ach komm kommen wir das am summer sale und da ist es death stranding so ich habe einen push notification bekommen und zwar dass ich live bin sehr gut die klimanlage rumort und randert hier vor sich hin ja weil sie jetzt hier fallen muss gegen das heiße weder wenn wir hier auf neues spiel drücken wir spüren das schütze normal zu speichern ademann auf ob er wieder vergessen ich weiß es nicht ist es so ungewohnt im obs ding ist und ich müsste ich besagen würde würde das regelmäßig anzumachen also immer anzumachen dann würde ich vielleicht nicht vergessen aber dieses spieler schützt automatisches speichern während des speicherns wird und nach rechts unten ach gott ich lesen wird in der unteren rechte im bild schmeckt ein symbol eingeblendet verlasse das spiel nicht entscheidet die konsole konsole nicht aus während das im bau gezeigt würde ich will noch gut gesagt da ist ein symbol aber ich sage nicht da ist ein kleines speichersymbol guckt so sieht es aus sondern da ist ein symbol auf seiner konsole und der macht es nicht aus danke ja das für dich ist ja okay aber okay okay lege die gewünschte spiel ich jetzt gerade fest du kannst die näherzeit über das optionsmenü ändern okay diese einstellung wird spieler empfohlen die keine ahnung und welche erfahrung mit act zu spielen haben das gameplay stelle bei dieser schwierigkeit gerade nur eine kleine herausforderung erlaubt es fast jedem seite das ist vielleicht das spieler dass diese einstellung wird spieler wird spieler empfohlen die action spiele als schwierig empfinden genießen die geschichte nähe da ist schon mit spieler empfohlen die mit act spielen etwas auskennen sie bietet eine gute mit kniffligen gameplay und einem und der möglichkeit die story zu genießen das denkt schon mal nach dem was wir haben wollen und diese einstellung wird spieler empfohlen die guten action spielen sind es erfordert eine vielzahl von fähigkeiten das spiel als auf diesem schwierig hat es gerade abzuschließen wenn die wenn es dir gelingt winkt dir ein echtes erfolgserlebnis okay wenn es über dicker ach so guck mal hier ist wirklich über die übergabe und die einstellung spieler empfohlen die besonders gut in action spielen sind lieferungen und kämpfe stellen eine große ausfragen da aber wenn du das spiel in dieser springst du ab fließt werden dich alle anderen boten beneiden ja hab ich das spiel in der gewählten schwer zu starten ja sagst du machen welche an oder muss ich jetzt die schwierig hat sie ja warte mal habe ich jetzt wirklich nochmal ausgewählt sagen sie mir halt nicht aber alles okay textgröße ändern die textgröße wie die textgröße kann sehr selbst ich finde großen text schon ganz heißen kann auch gut am handy lesen nicht mal wenn es am handy gucken das ist eine krabbe da habe ich schon mal gucken wie es wie sich verhält ich habe das müssen nur wasser tieferes experience etwas anderes empfunden hat sich jetzt ich habe immer die höchste genommen weil vom videosprecher war das hat was gehalten ausgelassen also mal gucken ich habe mir so schokoladen erdnuss sehr mega nahe ist so aber in den drinnen ist fucking erdnuss buddha ja mega nice ja da wird schon ff ja was ist immer so lang laden er muss ein eisbett bringen und ich muss auch mal duschen gehen ja ich habe so geschützt auf arbeit wird zeit auf jeden fall auch fertig okay okay nach der bildschirmheit ich kann so dass das bild auf der rektseite zu sehen ist aber auf linken nicht nur wer ist nicht mehr im stream auch nicht aber ich sehe es noch ich muss das bei meinem bildschirm mitgegen nicht so einstellen dass ich es absolut nicht mehr sehe so sehe ich noch ganz 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 leichter umriss hier ist auch hier nichts mehr ja also statistische untersuchen deuten darauf hin dass dass im zusammenhang zwischen dem doms fähigkeiten der betroffenen personen und ihren geburtstag bestehen können bitte gerne um die ausmacht seiner fähigkeiten bestimmt zu können wort war einfach so ja erst mal easy going oder mitte des jahres kann nicht falsch sein die wollen aber es war kein jahr haben sie wollen kein jahr haben sie waren bloß den monat ist auch wenn ich jetzt zwölf bin egal in konstellationen wie krebs krebs fisch walfisch delphin und gigas geborene personen verfügen häufig über eine stark ausgeprägte dooms fähigkeit ich bin aber kein krebs fisch walfisch delphin oder gigas ach ist mir scheißegal wasser was ist mit ihm los das sind doch augen denn ich habe mir gar nicht so sicher das sei und das ok die und diese ist hier zu fast die krieg gar nicht gelesen einst gab es eine explosion text der raum und zeitgeber einst gab es eine explosion ein urknall der einen planeten in diesem raum kreisen ließ einst gab es eine explosion ein urknall den das heute uns bekannte leben entsprang 1 kann die nächste explosion also meganaises nice left stranding ist es sagt mir diese wieder bis jetzt ist es jetzt ein foto sieht super detailreich aus ich würde sagen das ist jetzt nicht das scheint der pixie aus das ist super detailreich aus dieser ist es ist es ist Ich habe so vieles Copyright Music und es ist alles super laut, aber... Es sollte dann Zeit sein, denke ich mal. Okay, warte. So ist es für euch angenehm, denke ich mal. Nächstes Motorort. Wir liefern also jetzt immer was, oder? Oh shit. Was? Wow. Ah, was kommt von oben? Oh, es regnet Säure. Wait, es regnet Säure. Oh shit. Okay, es hat zwei Räder vorne. Okay. Oh, oh. Was unsichtbares erfolgt ihn. Oh shit. Oh shit boy, da ist, da ist, oh Gott. Da ist ein Abgrund, aber nicht verfolgt was. Als ob wir so weit springen können. Oh no. Oh what? Muss ich jetzt selber fahren? Please, no, Alter. Oh, what the heck ist das, Alter? Ja. Und so teile ich habe es einfach zu schützen. Bei dem Regen. Hauptsache es meine Reifen durch, das ist wichtig, ja. Muss cool aussehen. Oh boy. Oh, Glück gehabt, dass wir kein steiler am Weg. Oh. Wir müssen es sich in der Bär. Oh, Gottes Willen. Und sehr beruhigender Regen-Sound, ey. Könnte ich mir zum Einten scharfer machen. Das ist super nice, so bei einem Zelt und es neeselt so mega. Oh no. Entspannter Sound. Shit. Wer war das? Ich habe wieder angefangen. Jetzt müssen wir spielen. Okay, nimm die Fahrt auf und suche Schutz vor dem Regen. 17 Kilo tragen wir. Die Fahrt zum Auftrag, nur ein paar Lieferungen beschaffe. Die haben, äh, 24. Äh, Escape. So. System. Äh, und zwar möchte ich, netterweise, gibt es hier auch nur ein Lautergeräte, ja. Aua, die Stellung gibt es halt bloß den. Ich habe es auf achtem Radio und da stellt es auf 20 oder so. I don't know. Lass uns mal 20 probieren. Gucken, wie 20 sich anhört. Anführt. Äh, und sagt. Äh, äh, bestätigen. So 20 jetzt cool. 20 scheint mir ganz cool zu sein, so. Habe ich irgendwelche Waffen oder irgendwas? Nö. Ui, ich habe eine Kulau-Tastatur. Äh, zum Scannen antippen. Oh. 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 Äh, Frachtscanner. Ja, wir können einfach nur was gehen. Was gehen wir? Was gehen wir? Okay, da können wir jetzt unsere Frachten scannen. Frachtscanner an jedem Frachtscanner. Ja, okay, 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 okay. Hallo ohne Frachtscanner mit natürlich, ne? Wir haben ein Like bekommen. Was gehen wir? Wir haben hier gesehen. Jetzt ein Like, jetzt. Und unser Fußball, unser Fußball. Das andere Teil müssen wir irgendwie... Oh Gott, no boy! Fall nicht hin! Das ist nicht gut. Das ist rot. Pass auf, pass auf. Oh Gott. Oh, weil ich auch da ja... So schön wandern, wenn ich mich so richtig wanderflashbacks kriege ich ja, Alter. Okay, 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 lass uns saugen. Könnte aber am Mr. Regen vorbei ist. Könnte ich. Würde ich das? No boy, ich lauf mich selber! Okay, erlaubt man halt, okay. Willst du das aus wie ich? Ja, einfach ich. Nice! Oh no. Please. Please sei lieb zu mir, okay? Oh no. Okay? Bitte? Das ist ein Foto von unserer Frau, von unserem Kind, whatever. No! No, hol's dir! No, was machst du denn? Warte doch nicht so lange! Nimm es dir doch! Oh boy! Ist das jetzt ein Problem? Wird jetzt infiziert worden oder irgendwas? Ja, das ist ein geiler Nippel. Und das ist alles rot! Oh no! Oh! Au! 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 Hat das bloß eine Hand? Ist hier das so eine Hand immer so Schritt für Schritt oder was? Was läuft denn so? Dass ich an die umgefahren haben, haben, haben. Epp! Anscheinend sind wir hier nicht alleine. Was ist das bitte? Man sieht es nicht! Ich verstehe es nicht. Ich werfe jetzt schrei, oder riechte es ein Mundgucke? Oh Gott, das will! Habt ihr euch die Antwort wohl gehalten. Ihr verarbeet ganz schön matschig jetzt. Jeuaii-Textur. Hier ist er tiefe und scherbe denke ich mal die. So dicht kann man ja nicht verfehlen oder? Aber es hat anscheinend immer zwei unterschiedliche Handabdrücke, die immer kommen, ne? Die haben schon fast die Handabdrücke halt, die Fußabdrücke. Das ist das Drehen? Oder ist das Dreck auf meinem Monitor? Nein, okay, das sind Drehen, das sind Drehen. Was war das, Alter? Sonst gut aussieht auf jeden Fall. Dann laufen auch die Tränen runter. Why? Weil bis jetzt die Emotionen so will ich nicht gut verstehen. Merkt man nicht, oder? Weint doch nicht und guckt da raus. Was erzählt dir, was passiert ist? Bitte. Ich glaub, sie sind weg. Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Was ist denn sein Bauna passiert? Tränen? Eine Chiralium-Allergie. Also hast du Dooms, wie ich? Ich hab den Extinktionsfaktor. Aber ich glaub, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Na, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Aber das verringt doch gar nicht mehr. Es ist doch schon die Vögel, die nicht starben sind. Zeitring? Ach, die Alten einfach extrem an der Stelle. Du hast das nicht die Vögel auch grauen und seine Haare auch. Du hast es Säure oder irgendwas, ja? Wirklich? Aber das muss ich auch sein. Ah, das ist seine Hand vorbeischreitet einfach dann. Ich hab mir nicht auf den Ärzte geguckt. Niemals. Da hat der Handabdruck auf den Rücken. Geznacktet ihr, Alter. Willst du ihn? Ein Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. No! Das ist doch mein bester Freund! Du Monster! Für den Monster arbeitet ich nicht. Nicht mehr viel von uns übrig. Bis auf ein paar ehrliche Menschen. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Geiler Schirm, oder? Geiler Schirm, Alter. Pass auf dich auf! Diese Dinger bleiben nie. Was... Alter, was ist dieser Schirm, Alter? What the fuck? Fuck! Was für Koks hin? Was hat der Regener mitgemacht? Das ist am Hause weg, ja. Das ist schon mal gut. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Hm, ob das gut ist, dann eher eine Frage, ne? Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Great. Also theoretisch, ja. Theoretisch, der Zeitregen... Der Zeitregen spult alles vor, was es berührt. Tiere, Haut... Die Frage ist, was bei den Pflanzen passiert. Weil, wenn ja, da könntest du ja einfach theoretisch... Kohle rauslegen. Und da das halt... Der Zeitregen hat die Zeit verspult, müsste er aus der Kohle ja Erdöl werden. Klar, du hast ihn trocken und bla... Aber ich meine, der alte Erre einfach so viele Tropfen bei Trinken. Also... Hm... Einfach aus Kohle, direkt Erdöl. Würdest du noch aus Holzkohle gehen? Einfach von Bäumen, die wieder nachwachsen. Ah! Aber die Natur alt ist ja auch nicht hier, okay. Ich glaube, es geht dann doch nicht, weil... Ich meine, die... Die Blumen hier und das ganze Gras und so... Das ist ja auch nicht direkt ripp, wenn es anfängt zu regnen. Und äh... Ja... Ja, okay. Ich glaube, es passiert auch nicht. Sad. Ach, ich bin noch Paiswürfe rein. Oh, no... Ich bin zwar daneben gefallen. Aber ich habe dich auch gefunden. So! Fortfahren, bitte!!! die rote leiste der blutanzeige wenn sie nur erreicht die blaue leiste handelt es gibt außerzeiger nimmt sie ab bewegt sich langsamer und das fertig und das hat ihm schwer das gleiche zeiten ok hallo jonas wieso komme ich immer dann wenn du nicht da bist ein mini ich bin da ich habe das mein getränk also vielleicht gefühlt ja sie käme ich zurück und ja gibt es irgendwo das themen vielleicht eine möglichkeit zu sagen optionen dass man die sprache irgendwie langsamer einstellen kann ich glaube das ist nicht der fall hier oder lassen zur weisung ist mir egal art einstellungen spielstellung spielspiel ich kann ne schäle mit sport anders verbergen lege fest ob schäle angezeigt werden die die sind verborgen ist aber sonst audio nä 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 ich werde sich bei jonas manchmal schüsst unterwegs auf fracht aus aufgegebenen lieferungen wenn du diese fracht im guten zustand annehmen schon mal sie was macht dich das alles ist beliebt wir sehen es mir okay oder verloren ach da hinten waren diese komischen würmer fäden teile whatever noo alter boah ich fahr da nicht runter jo krypto dinks essen wo bin ich dabei also krypto snack alter ist die jetzt kaputt oder was i don't know muss ich jetzt ganz komisch sagen lass uns hier durchlaufen die leute prüfung ist gestern dann die musik ist mega nice ich passe richtig gut oder ich hoffe es gibt kein copyright claim drauf bietet ich mach kein auge oh no unsere lieferung ok no wir müssen aufpassen wir müssen whisky laufen äh nicht whisky wir sind gut laufen oder nicht rennen äh ist seit gestern dann haa und habe ein paar probleme mit einer freundin äh wenn du verstehst mit einer freundin oder deiner haa weißt du auch was verstehen was ich Alter sieh laut die musik die kommt aus dem spiel what the fuck Alter ich hab schon auf 20% das wird immer lauter ich hab mich bloß so hä äh alter komm wirklich ist das so cool gemacht aber ich hab einen regler und die sounds von den zepsis und so leise und die musik so ahhhh ich schreie da du man man wirklich hör doch auf musikalisch eins ja man merkt das ja ich hatte keine alte musik äh wie laut wäre die musik willst du es wirklich wissen ich glaub OBS kaltet einfach irgendwann ab ich glaube verständlicherweise halt ne äh aah Audioeinstellungen, wir kriegen das einfach raus würde ich sagen Ja es gibt 110% hhé Häh 100% das reicht nicht aus weil die Leute noch lauter das spielen wollen mache einfach 110% hhhhhhhè hhhhhhhha hhhhhhha what the fuck Alter das ist für dich minimal funny ja Das Menü ist schon laut. Ich will hier gar nicht rausgehen. Ja, okay, Grip. Wenn ich jetzt zum Einschlappen gehört habe, sollte. Sorry, tut mir leid. Schlaf wieder ein, okay. Alles ist gut, ja. Mit dir F. Ja. Du magst das kleine Modi, entscheidend. Ah, es gibt... Okay, ich muss hier was halten. Gleichgewicht halten. No. Wir müssen irgendwie das Wasser hier, Alter. Oh Gott, müssen wir jetzt hier wirklich durch? Oh shit. Verzeige es, Sam. Führt Sam sein Körperlastenaktion durch, er erscheint über seine Aussaugeranzeige und Lassprogrameranzeige. Sprich, erschöpft ist Sam nicht mehr in der Lage, den Fracht zu tragen. Lege auf jeden Fall eine Pause ein, bevor es dazu kommt. Ich will hier mal so, ich glaube. Wie laut soll die Musik sein? Game, ja. Ist halt wirklich so. Alter, ich habe es auf 15 Prozent, Alter. Ich höre das Wasserkamerauschen, aber so. Don't be so furious. Ja. Die Musik ist mega nice, ja. Die passt gut zu dem Spiel bis jetzt, so, ja. Keine Frage. Aber nicht auf 15 Prozent, dass ich mich anschreie, Alter. Ich bin jetzt einfach noch leiser. Ich bin jetzt auf 10 Prozent, Alter. What the fuck? Man. Es ist immer noch mega laut. Man kann doch noch sprinten, Alter. Der Tab ist auch noch okay. Das Game gefällt mir jetzt schon. Ja, ne? Gibt ich irgendwie eine Karte oder so? Keine fucking Ahnung, Alter. Center kann ja, aber es ist die Dachtfach, die brauchen wir können wie so scannen. Ich würde sagen müssen, klar hoch, ne? Go, go, boy, go, boy, go, boy. Ich war in allen Steinen aus. Easy, wir sind krass, Alter. Oh. Lass uns mal über das Berg gehen. Aha. Die Schie sind trocken geblieben. Linkert dem Rechter, nehmen. Achso, man muss es, achso. Läuft, können wir da tragen, Alter. Was haben wir denn hier? Eins. Great, what? Urinieren. Sei rücksichtsvoll, erleichtere dich abseits von anderen und ihren Eigentums. Was, bereite dich? Warum kann man hier urinieren, Alter? What the fuck? Flasche, energiegeträgen, das die Ausdauer wieder erstellt. Sanity. Placement. Safe, Alter, what the fuck? Jeder Zeitregen und jedes andere Wasser, das in Kontakt mit der Flasche kommt, bin absorbiert, gefiltert und mit Energiepartikeln im Inneren versetzt. Aha, außer dem, wo diese Flasche mit Gewehrschutz-Technologie behandelt. Kennt man auf jeden Fall, ja? Kennt man. Placement, Alter. What? Ist das jetzt so eine Fetisch-Sache jetzt hier? Landa Mask Sonnenbrille. Ein alter Favorit von Sam. Die Idee des, äh, was? Homo Ludes spielt bei der Gestaltung dieser Sonnenbrille eine wichtige Rolle. Ihre Form soll ihrem Träger mutigen und seine verspielte Seite niemals, seine verspielte Seite niemals zu vergessen. Ihr Farbschimmer kann, was du in deinem privaten Raum anpasst. Vor allem, dieser Text einfach über diesen Dings ist. Wie kommen, ähm, zum Entschluss, es ist einfach nur eine Flasche. Mit einem Getränk drin, naja. Fragen, Alter. Die sieht echt scheiße aus, die Mauer wieder ab, Alter. Wo weiß ich jetzt, wo ich hin muss, Alter? Ich hab keine fucking Ahnung. Richtig, Fachter. Ja, nice. Aber, wo muss ich hin, Alter? Irgendeine Map oder so? I don't really know. So, was ich knowe, ist, dass wir jetzt hier irgendwie lang müssen. Und, no, 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 bitte falle nicht hin. Achso. Warte schon noch was. Wähle, äh, so. Oh. Okay, wir haben hier so hier den, den safe Walker hier, ja. Durch Wasser durch, so easy going. Die Musik ist alle. Schade, oder? Jetzt ist das Spiel super leise, irgendwie, ne? Nice. Die Musik ist super laut. Hier ist die Stadt. Hier ist irgendwas. Ich weiß nicht was. Irgendwann lieber, oh Gott. Was haben wir aufhört zu drücken? Okay, der läuft langsam runter. Okay, ich verstehe. So, wir müssen hier irgendwie rüber, würde ich behaupten, ja. Und ich würde sagen, wir suchen uns diesen Steinweg hier, um einfach hier bis... Oh, oh. Irgendwie ist Energie auch zusammen, ne? So, genau so. Macht es auch ganz gut. Das Gleichgewicht halten hältst du, das Gleichgewicht kannst du in der Wasserstörung widerstehen, wenn du beide Hände benutzt. Und das Gleichgewicht halten hältst du länger aus. Alter, aber das war richtig close, ey. Oh, da ist, äh, was für ein Rucksack. 120 Kilo können wir betragen, Alter. Pracht, äh, wir schaffen die ganze Zeit. Okay, aber gibt es irgendwie ein Notizbuch oder irgendwas? Tipps. Oh Gott, what the fuck? F gedrückt halten. F gedrückt halten, liefert er mir, ach so. Wollt, F? Oh yes, dann die Snack-Ons. So weit, Alter. Na, guck mal, hast du sehr schön gemacht. Easy, Brücke. Zu viel Fracht tragen, wenn du zu viel Fracht trägst, verlierst du leicht ein Gewicht, wenn du links oder rechts schwankst, verlagere das Gewicht, um den entgegenzuwirken. Was ist das? Verlagere mit, oder dein Gewicht, um den entgegengesetzten Richtung in die Richtung zu stellen. Ach so. Ach so, wir müssen wieder in eine Seite reinlegen, wenn ich das, ach so, okay, verstehe. Okay, ich verstehe. Hier ist irgendeine City. Hier ist noch geiler Shit, den wir hier mitnehmen. Da ist irgendeine Linie, die darf ich wahrscheinlich nicht rübergehen, oder? Ich meine, da ist die gleiche Blau, also mal gucken. Fraterplan, wenn du zu viel Fracht trägst, fällt es dir schwer, das Gleichgewicht zu halten. Wenn es so schwierig wird, das Gleichgewicht zu halten, kannst du mit E-Fraftschnuriken abladen. Du hast es vorher, ah, okay. Oh, das brauchen wir nicht, wir sind krass. So, was passiert bei der Linie? Ich hoffe, wir sterben nicht, das wäre natürlich so sad, ja. Aber ich meine, das ist die Blaue Linie, was soll ich hier machen? Also, das töten, wir kennen Chance. Wahrscheinlich noch nicht bei Rwand, oder? Portion, Blitz. I mean. Das sehe ich ja gar nicht, das ist am Blitz. Was soll denn das? Okay, die Damage. Oh, ne. Axis. Denied. Okay, 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 verstehe, alles gut. Fünf trennen, nicht bei, achso, das ist dauerhaft, achso, du müsstest gar nicht drückt halten. Ah, nice, okay. Okay, 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 Jonas, hier war ja top, ist jetzt. Oh, nice, okay, ist, nehmen wir gerne mit. Oh Gott, 76 Kilo, die ist echt schwer, Maxi. Oh, boi, die Kiste ist echt schwer. Oh no. Für alles mitnehmen hier, er da. No, alter. No. 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 Okay. Great. So, jetzt aber. So, jetzt. Okay, komm. Lass uns hier hochgehen. Könnt ihr mir mein Gepäck abnehmen hier? Wollt ihr das haben? Tasten gedrückt halten. F gedrückt halten, wenn das Symbol F angezeigt wird, musst du F gedrückt halten. Versuche dich das zu drücken, bis das TV-Terminell reagiert. Das hängt schon mal gut. Ach, das funktioniert irgendwie, bis es reagiert. Beachte, dass du auch andere Tasten als F gedrückt halten musst. Wird zum Beispiel angezeigt, musst du, okay. So, angeforderte Lieferung, gar keine Alder. Liefern, lieferer, angeforderte Fracht für andere Verdorne. Angefahrt liefern. Lieferer, die speziell von diesem Kunden angeforderte Fracht aus. Ja, und was möchtet ihr jetzt? Auftrag abschließen. Ja. Die gesamte Fracht ist bereits in der Lieferung des Auftrags. Man kann abgeschlossen werden. Angefahrt ist einfach verlorene Fracht. Jo. Die Verloren, das, dieses verlorene Frachtstück sollte hierher geliefert werden. Es wird an seinen Empfänger zurückgegeben. Ist es abgegeben? All right. Fuck. Hä? What the fuck, Alter? Hä? Gebe ich jetzt einfach alles ab? Warum ich jetzt die Übersicht, wo ich das anklicken kann? Es ist so fucking gelungen. Barmherziger Sammler hiebe da hin. Was hat denn für eine gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Das schwägt doch nicht, Alter. Oh, das klingt aber wirklich mies. Invention 1a von hier, Alter. Zum Glück sind unsere Waren in top Zustand. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. Danke. Hier war 30% kaputt. No, Alter. In einer oder mehr. Zwischen die Faktstatt 11. Okay. Wird nicht bewertet. Rückgelegt haben wir hier. Okay, bin gespannt. So viele haben wir noch zurückgelegt? Achso. Ach, wir sehen unsere genaue Sch... Looooooon. Leergewicht-Boni. Awesome. Boote durch und durch. Ich will bleiben. Great. Was? Gesamte Liefergewicht-Boni. 75 Kilo. Achso, weil wir so 4. Achso. Likes vom Empfänger. 191. Für den Abschluss des Auftrag erhalten. Okay. Gesamtwerdung. Awesome. Wir haben ein S bekommen, Alter. Ich denke, das ist sehr gut. Ah, okay. Weil wir Serity abgegeben haben und weil wir die Ohn-Damage abgegeben haben. Eins hat der Mensch schon gehabt, glaube ich, ne? Oder haben wir das kaputt gemacht? Dann kann sie einfach hinfahren und so kaputt. Ich weiß es nicht. Und die hat nämlich da 29% Karn. Jetzt für jedes einzelne Objekt. Und nice. Noch mal like. Botenklasse. Nice. Nice. Achso. 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 Ach, da, wo wir Likes bekommen? Ah, da. Achso. Das geht sich denn automatisch, oder was? Nice, Alter. 40 Minuten. Äh, 40 Minuten. What the fuck, Alter. Äh, liefergewicht. Ja. Oh, nice. Bodenklasse. Wurde 6. Okay. 6 Stunden. Upgrade. So. Nice. Oh, geht's up. Okay. Stand up, aber das ist ja der Quatsch. Komisches Fahrzeug. Warum fahrt ihr so hoch? Kommt ihr jetzt runter? Hä, warum fahrt ihr auch so hoch? Oh, ist das super windunschnittig, Alter. What the heck? Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sein Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erkläre es unterwegs. Oh, what the heck geht jetzt hier ab? Na los. Leichenentsorgung. Ähm, das könnte sich doch interessanterweise. Muss ich jetzt in den Kofferraum mitfahren? Was ist der Kofferraum? Übrigens, Leiche weg? Wait, what? Entsorgung. Mit dem Verbrennungsofen. Oh, haben wir ein bisschen Todentranken? Im genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber... Ah. Gar nichts. So reiß. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir... Krankheit. Ich hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDS. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum... Chiralium, Alter. Da ist doch kein allergisch irgendwas da gewesen, ne? Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Mh. Ihr zeigt bereits Anzeichen von der Krose. Erstmal schnell gehen, sonst knallt sie hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Machen wir. Machen wir, machen wir. Klar, machen wir alles. Und schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Potter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe GDS nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Wie geht's? Ein Bridge-Baby, ja. Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Warum ist da ein Baby drinne? Du findest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt. So viele Fragen, ja. Warum fahre ich durch Chor 2? Ich fahre ich durch Chor 1, 2 ist offen, aber no way. Gehen wir nicht durch, ja. Ich muss eigentlich auf den Klo, muss ich kommen hier nicht zu, weil die Kratzer so lange geht. Die Welt war eine andere, als ich ein Kind war. Und nice. Ja, war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Boten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Ja, das stimmt. Nooo. Das ist nicht dein Kopf, Alter. Das fängt auch an. No, Alter. Wollte man hier was machen, Alter? Was ist das Nekrose von der Grill hat? Oh, hier sind die Sicherheitszonen. Oh, no. Oh, oh. Servus, oh, Bodda. Ja, Lügchen. Fabian, wie geht es jetzt? Warum ist das mit ihm los, Alter? Shit. Was ist jetzt ein Regenboden? Was schönes? Was schönes? Ähm. Wie weit noch, was du vom Almsorfen. Der Tübel ist gleich soweit. Shit. Jetzt, wir müssen mitten durch den GDs durch. GDs? Was ist in GDs, Alter? What the heck? Wo geht die ab? Ich sehe nichts. Der Winkel ist so. Bede Ebel. Das ist ja ein Lamber, Alter. An die Ds sogar, Alter. Aber. Oh, oh. Warte. Oh. Könnt ihr ein bisschen beeilen? Der wird immer Schmerzer hier. Ich weiß nicht, was los ist. Möcht so super aus. Okay, der Regen. Lippel an. Oh, oh. 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 Was ist das? Mir geht es super gut und selbst. Was spielst du? Ich bin jetzt Death Stranding. Warum absaufst du? Das ist Elektroauto, Alter. Bring uns hier weg. Die ist Elektroauto. Die kann das absaufen. Sam, kannst du irgendwas sehen? No, ich sie gar nichts. Shit, Alter. Nein. Wait. Das Scherning, habe ich euch angefangen, gucken, wie es ist. Ich bin ganz sicher, es sieht aber ganz gut aus. Ähm. Das ist vor mir, wenn es zu gut geht. Mir geht auch das gut. Dieses Baby muss kein Putz sein, oder so. Aber ab. Ich kann euch leider weiter runter. Abgesaufen. Ja, und jetzt? Und dann brauchst du jetzt mal anzumachen, die Kiste. Ach, jetzt. Na klar. Jetzt ist das ja brennt, wo das ist. Oh. Aber was höre ich dir? Oh. 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 Wo? Das sind diese unsichtbaren, ne? Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. No, no. No, no. Oh, bitte nicht, Herr. Ja, ich sehe dich halt nicht, aber ich muss irgendwo... Oh, oh, Gott. Ähm. Okay, gleich bis zu dem was. Können wir da schnell zu rein suchen. Oh, no. Was bin uns passiert denn auf der Adelfläche, ich habe das überlebt, er wird es überschlagen. Gute Frage. Ah, das ist doch der Zeit, Regen und nicht, die wir dann zum Wachsen wachsen müssen. Und now, wir haben Glück gehabt, dass uns nirgendwo ist, raufregend mit der... Die Augen drehen mir, das ist nicht gut. Dieses komische Kreatin, äh, Kreatin ist das nicht, keine Ahnung, die ist mit C. Wer ruft denn noch? Schwarze, ist das der Faro, das ist der komische Toad, wenn die... Aber wir wachen zum... Ich weiß nicht, was ist denn diese schwarze Quallen da raus? I don't know. Oh, viele Fragen... Oh, na ja, liegt da deine Kinder da. Oh, die... Was ist da los mit mir? Wie muss es da golden? Oh, no, ist da eingeklemmt. Oh, no. Okay, können wir dir irgendwie helfen? I'm not a Zeit, Regen. Oh, no. No. Ach, wir sind da hinten noch. Das Helden, es geht richtig, Alter. Das ist, äh, das ist, äh, das ist, äh, eine fucking Windrad, Alter. Oh, oh. Nicht atmen hat jetzt die Luft an, oder was? Warum das ist, bedeutet, ich habe es halt zum Spiel, ich habe die Hand zu halten. Oh, das ist total. Natürlich, außer sehen atmen. Sein Gesicht wird nicht mehr weiter mit Landschaft gezogen, obwohl es sehr verrauflich ist. Oh, no. Oh, no. Was ist, was, 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 was wirst du? Ich glaube, es ist ein goldenes Gesicht. What the heck? Ich verstehe gar nichts mehr. Ist ein neues Field entstanden, oder was? Oh, no. Oh, no. Oh, what the heck? No, was ist das, Alter? Ja, ich glaube, es ist das Beste, das ist, das ist, das ist das Beste, Alter. Ich sag doch, alleine, er hat doch nicht zu viel Qualen, oh no, mach doch was! Ja, es ist, das ist einfach besser, so ja. Die Qualen, die willst du keinem antun, glaube ich. Ähm, da bist du jetzt, du bist jetzt ein Pirat, oder was, da? Oh, no. Ich verstehe, dieses Spiel überhaupt nicht mehr. Hä? Jetzt einfach jetzt anders, es leuchtet anders. Ich bin jetzt oben in den Himmel. Der Antrieb hat aus dem Himmel geflogen, ich sehe, ich sehe nicht mehr durch, Alter. Ich hatte ein Baby, der Bauch, die ziehe mir mit runter, oh no. Ich weiß, dass er es nicht geschafft hat, aber was passiert mit ihm? Oh no, sick no! Oh no, boy. gottes fühlen wir sind baby da wenn man auch so ein windrad oben dran das tut ein richtiges teil da oben was ist da los bitte und das kind ist da einfach ausgepackt haben sie nackt war ich da baby diese nackt mit einem baby am hand stellen eine interessante situation die das hier erwartet wo ist das baby das war warte mal da ist es unser name bitte ja kann man nach oben genau und er war gewichte um als einfach ring einfach ist einfach usb sticks einfach das ist mehr aus oder was ich nur noch frage zeichnen meinem kopf aller what the fuck wie viele fächer sind da mit dem wasser alle eine haufe muss das für die da oben schweben what the heck maxi mal confused death stranding oh yeah boy ich habe diesen raus müsste man aufs klo aber die die katze in der zeit einfach nicht hier das wird es vor allem ich mein zick hallo wo musst du was an hallo naja das stimmt mega weich ich hoffe das wasser ist nicht kalt tote kram und warum geht es jetzt einfach ins wasser warum hier so blutig die tiere lauter wait what von zeit wasser und wir sind unten am grund jetzt scannen bewegen kann man wegen aus so kurz mal kurz und so ich muss immer noch hart auf den letter bis gleich sie Vielen Dank. 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 Okay. Hey. So, Okay. Was ist das? Willkommen Sam Porter Bridges Warte über die Station Lieferauftrag für Sam Porter Bridges Erbitte Morphiltransport auf die Isolierstation Zwecks sofortiger Verabreichung an die Präsidentin Okay, okay, wir gehen über den Jahr, okay, verstehe Go for it Wait Main Entrance Okay Okay Dann go Danke Wo müssen wir hin Oh, oh, oh Ah Öffne euch anstellen die Karte, wenn du dich verirrst Sam Die Isolierstation sollte ins Auge fallen Es wird sicher wie du hinkommst, kannst du Markierungen setzen und Wege zeichnen Probier's aus, dann verstehst du was ich meine Hm Paar Pancicare einsetzen Oh, nice, Alter Uh, das Oh, oh, ja, das ist Die, 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 die Markierung aufheben Markierung aufheben, was Sie war das? Drückt sie halt, achso Pracht verwalten Ach, guck mal das, ah, okay Ah, okay Hast du den Kuhdrücker gesehen? Wahrscheinlich nochmal genauer, ne, ich schaue es noch direkt so Sam Schau auf deinen Kompass, um zu überprüfen, ob deine Marschrichtung stimmt Er lässt dich nie im Stich Wir öffnen den Kompass Drücke, geh in den Kompass auf den Wänden Eintest du auf den Wänden, das Drücke gerne hat den Kompass zu verlassen Da hat sich mein Ziel, achso Alright Der Ransom Zu mein Kierang Ah, nice Ah, okay, okay, ich verstehe Hm, das ist nice Das ist Einfach so, äh, hin so Central befasst sich nicht nur das Bridges Haku Die Stadt war auch der Sitz der Wiederaufbaubewegung Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung mehr durft, wäre sie nie fortgegangen Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan Hm, hm, hm Interessant Ich geh mit der Britten, da ist ein Morphine, da nördlich auf dem Fahrzeug Okay, aber da, okay Rein hier würde ich sagen Ab hier rein zum Bridges Das ist Das ist Das ist Das ist cool, der effektuell im Licht, dass ein Vorurzeller wird, das ist Wirrn, aber irgendwie auch ganz cool Sie wird also nicht mehr gesund Ich denke nicht Nein Gut, wir sollten vorbereiten Sam Ich bin's Ja, ich erkenne dich, ne Ist nicht Tut mir leid, mein Fehler Ah Da war's Wollt auf die Eber drauf Für nichts Klauen Macht auch Sinn Ich fürchte der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert Vielen Dank Das wird ihre Schmerzen lindern Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann Strand Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten Du erinnerst dich doch an sie Sie zog dich groß Mich groß? Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen Sieh das aus, bevor du reinkommst Soll ich den nackt rein gehen, oder was? Oh, ja Fucking Präsidentin, Alter Bündestiffe 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 Ich glaube nicht, leider Aber wir sind die Funktion, ja Also nicht so schwer, oder? Ich würde schwer, wer auf easy uns sind, wenn wir ideas fahren Awesome, Leute Ach so schon jetzt sieht also wahrscheinlich stabiler hätte er ausdenkt man gesamt rückwiss dann auch so wohl ist ein gesamtsitz also ich verstehe isolationsstation präsental büro diese stange noch hier das ist die rechte hand der präsidentin der direktor von bridges eine machte hat man die harten 1 gut dann muss ich euch wohl nicht vorstellen wie lange ist es hier zehn jahre sie uns nur an zwei unsterbliche freaks treffen sich hier naja freut mich dich zu sehen die präsidentin wartet es ist eine mutter bridget sie ist etwas neben der spur aber sie erkennt dich ganz bestimmt ich habe es spannend was ich hier kennt Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Ich wusste nicht, dass du mit der Mom bist, aber wie schaust du da bist, dass ich mit dir bin, Mom. Oh no, sieht gut aus. Mir geht's ganz gut, ja, und dir? Was ist passiert, Mom? Das ist so lange her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Oh, das ist lange her, ja. Drei Jahre ist sie gelaufen? Lässt euch nicht los, hm? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf, Amelie. Sie braucht dich. Amelie ist wahrscheinlich unsere Schwester. Die Fenster hat uns einfach auch nicht recht, Alter. Auf der Umgebung könnte es gar nicht stimmen. Das hängt von mir ab. Oh no, Alter. Oh no! Warum? Oh no! Doch keiner reinkommt, ja. Ähm. Warum hassen wir sie so? Das ist Amelie. Das ist Amelie. Ah. Ich verstehe sie langsam. Ähm. Warm? Ich werde am Strand auf dich warten. Ich komme dich doch auf jeden Fall so hoch auf dem Strand. Das verspreche ich dir. Frau Präsidentin! Oh nein. Okay. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe. Sie ist gone. Alle auf Position. Kammerflimmer, wir brauchen 150 Milliliter. Sie reagiert nicht. Bleibt mir bei mir. Ich brauche mich nicht mehr. Wolfsbräder. Beruhig halten. Wir verlieren sie. Todeszeitpunkt. Verdammt. Oh shit. Ähm. Was ist das? Ach guck mal. Ah. Ah. Das ist einfach schöner für sie aus. Guck mal. Ich dachte, das ist fake. Ich glaube, 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 das ist fake. Wer wird es sagen, wenn die Präsidentin tot ist? Wo kommt der Schriftzukehr? Das ist lau. Ich teile, das kann ich nicht. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung... Wir müssen unsere eigene Mom verbrennen? Oh no, Alter. Oh shit. Ich will dich mit der Mom verbrennen. Sam... ...vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren? So wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich. Und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich da? Also nekrotisiert ist diese komischen Viecher. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Eiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es um nach zu Fuß. Oh no! Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Chirale Dichte. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam. Du bist bereits im Dienst. Oh shit. Jetzt mach deinen Job. Sam Porter Bridges. Da haben wir uns noch was eingelassen, glaube ich. Ich glaube schon. Wieder auf Klo. Wie kann das denn sein, Alter? Blasenzündung. Was ist da los? Das ist unser eigener Mann wegbekommen. Oh, der Peter packt sich in den Karton, nicht einfach so die ganze Wappliche Leiche unten drauf. Oh no, Alter. Ist das denn die Frage, wie so, ey, du hast eine Leiche. Ach, ich verbrenne hier einfach alles gut, ja. Ich kann schon keine Frage, man brennt einfach die Leiche hier. Das ist die gleiche Textur wie letztes Mal. Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Selbst wenn das klappt, was dann? Wer ersetzt sie? Sie zahlt. Amerikas Geschichte. Sam. Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridges stirbt. Sie mag verloren sein. Aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Naja. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam. Und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Das mach ich. Wenn nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Wir haben keine andere Wahl. Mom. Ich glaube, ich bin hier auch. Und dich kommt, ich besuche. Ich glaube, wir können keine Koffer mitnehmen jetzt hier, ja? Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbreitungsofen in den Daten verbaut, damit das Giralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Oh nooo. Ah, sie hockt sogar drauf. Da geht es ja. Damit ihre Beine nicht in den Rand schlagen. Das klingt. Das klingt sehr vertraut. Der hat dich rund um die Uhr. Einfach ein riesiges Spinnennetz. Die war echt leicht. Ich glaube, der hat auch Krebs gehabt. Okay, ich sage nichts dazu. Ich muss nochmal ganz kurz verletzten. Ich bin sofort da. Ah, ich habe so viel Wasser getrunken und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin sofort da. Vielen Dank. Ich bin zurück und bereit. Ja, ja, ja. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird eine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. Okay, okay, okay. Oh, what? Okay, wir müssen wieder durch. Also wir können einfach hier durch und dann würde ich einfach sagen, wie... Oh Gott. Jo, er hat jetzt einfach am Schluss lang, ne? So hier und dann irgendwo hier so lang halt, ne? Die Frage ist, wahrscheinlich müssen wir hier so durch durch das Gebiet, denn hier so lang... Mal gucken. So, wir müssen noch hier ein bisschen. Wir müssen Zeit rausholen hier. Okay. Ich bin jetzt ein Tante auf dem Rücken. Das ist echt nicht einfach. Leicht schaukelnde Stärke hin und her. Leichen schaukelnde Stärke hin und her als regelgerecht. Bringe das Leichtgewicht. Versuche es auszulagern und nicht zu fangen. Okay. Leicht schaukelnde Stärke. Leicht schaukelnde Stärke hin und her als andere. I understand. Ich bin jetzt hier fast unterwegs. Was ist denn das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus? Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Können wir einfach das Fahrzeug nehmen, oder? Wir haben gar keine Meldung mehr. Okay, schade. Gucken, was uns da jetzt steht alles, aber egal. Einer angenehme Reich. Na, angenehm wird sich noch zeigen, ne? Was ist das für Viecher? ja Gott, Alter. Was hab ich hier eingelassen? Das wird eine Herausforderung, ey. Die Leiche durch die Gegend zu transportieren. Aber wir rennen einfach durch, weil wir es können einfach, ja. Okay, kann man das nicht machen. Ich muss immer so schritten, ich verstehe. Wir haben nur unseren Kompass irgendwo. Ah, da vorne. Nice Musik, Alter. Ach, steht sogar. Vorher nicht ergenehm, irgendwann. Ich weiß nicht, ob das jetzt, also, ich weiß nicht, Alter. Aber die Musik ist mega nice, ich will sie schon drin haben, Alter. Das passt halt ganz gut. Und man rennt durch diese tote Landschaft, Alter. Mit der Leiche unserer Mom auf dem Rücken. Und die Musik ist eigentlich schon ziemlich cool dafür. Das wird es nachher auch gehen. Weil, ich liebte dich dann, aber ich liebte mich. Ich war denn nicht ein bisschen mehr. Ich war schon lange weg von hohem. Ich war schon lange weg von hohem. Ich war schon lange weg von hohem. Mhm. mhm 11 k 18 ich weiß nicht spiel den erwachsenen das ist wirklich nicht ach ich google das einfach das stranding altersfreigabe es ist ab 16 freigegeben so wie es aussieht ab 16 okay denn können wir natürlich den wunderbaren erwachsenenmodus ausmachen ja natürlich 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 ja weiß nicht ab 18 und wir können ja auch wenn potenziell mehr noch mehr dazu können nicht achten sind jetzt wir machen aus und jetzt go wir schaffen es wir schaffen es wenn wir nicht mehr rin wir machen es wir machen es noch wir machen es Und du siehst es in meine dying face Du schreitst wie ich aus K.A. Und jetzt ist es nichts, dass ich tun kann? Wenn es da ist, würde ich es sehen. Du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Du bist ein Teil von mir und ich bin ein Teil von dir. Ich denke mal, ich gehe lieber rüber. No, no, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist eine starke Strömung hier. Okay, boi, hast du es geschafft. Sehr gut. So hoch hier. Wir machen das hier. Wir bringen unsere Mom weg. Das ist den anderen schuldig, oder? Würde ich irgendwie sagen. No. Bisschen die Viecher weg. No, Alter. Jo, was macht das, Alter? Ich weiß es nicht, Alter. Great. Also, erst mal. Da ist unser Wegpunkt. That is a lighter. Was ist das hier, Alter? Igor. No, Alter. No. Wait, was kostet das? Was kostet das oder was? Das ist für dich. Like und gleich werden mehr zahlen, aber dann. Ich hatte 5, kannst du ein Zeichen zu versenden von Leiche heute drückt haben. Beschränkungen wie rote Frage von Likes. Nach dem Likes zu sendert hast, musst du eine Weile warten, ehe du dem Seherabjekt oder in dem Video mehr Likes geben kannst. Okay. Okay. Nice. Ich fotte mich auf dem Weg, da ich aufmange zeigt, würde ich sagen. Der sieht besser aus. Okay, lass uns hier irgendwie versuchen. Okay. muss ja schon geschafft sehr gut mami ich möchte nicht unterfallen lassen okay danke der seile und andere gegenstände leichter finden gegenstands genannten gegenstände des ordex lassen nahe sei leider nützliche gegensteine aufblinken so dass sie leichter aufmerksam ja ja okay 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 natürlich weiter macht sinn denn das kinder drücken müssen zu nutzen werden das kinder prüft den bereich in den decken markiert gefährliche punkte die steigende fels und rutsche überfläche niederpunkt wird mit ansteigendem risiko folgen so markiert aber was gut gelb ist okay das geht nicht lang und der glänzke hilft dir einen sicheren weg zu finden nur hier lang das war echt knapp das kostet ich weiß nicht aber das ja der hält hier rum achso für Susan kriegen wir schon mal ein like hier gehen wir ihn okay geht keinen weg lang da sind wir hier oh gott ja wir stehen boah ja da sind wir da oben lang da unten noch ein seil mhm geht aber nicht aus wenn noch irgendwas wäre ne warte ich nix zu bin dann aber schon matschiger ne ne hier sind wir nicht lang shiiiit wo denn dann denn hm 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 ja es war okay da lange nicht so viel den weg ist schon lang nicht möglich sagt niemals nie und soja haha haha gucke mal einfach direkt durch gerade durch die komische gebiete reinlaufen weil ich passiert umarm pass auf oh gott oh gott warm kommt die geht es gut das speichern du kannst den aktiven fortschrittsprechern den tab anscheinend das wird wie a menü öffnen und dann system ok daten tipps aufträger prüfen der fracht das ist ja eigentlich der präsenten bildet das strand ach guck mal ok dann kriegt das schiefe und sowas ne schaden acht prozent anden scam das wird ja auch noch mal abgelehnt oder ist gar kein schaden ja präsenten so termin aktiv würde ich sagen oder die doch einen aufzug kreminieren legen die leichen verpollungsofen ja easy going ja 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 Willi ja das ich habe dich nie gehäst h wir uns nicht gut verstanden haben aber ich habe dich nie gehasst wir treffen uns am strand wie das feuer einfach schon angeht alles zuges war sie wieder verbrennt das ist nicht gut ok mache ich was ist es Was ist das? BB-28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krader gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Not wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier, weil dieses Teil nicht funktioniert hat. Steht alles in Igors Protokoll. Okay. Aber es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Also stimmt das eh, oder was? Ich habe das Gefühl, dass sie uns da manipulieren in dieser Richtung. Ein Strommeer. Zeitregen. Zeitregen. Oh, no! Das Vieh ist ziemlich große Fußabdrücke. Kann da nicht lang? Weil da kein Zeitregen ist, oder? Woran liegt das? Sam! Sam! Hörst du mich? Ja, ich höre dich. Der Blackout hat wohl die Verbindung gekappt. Sam, wie ist dein Status? Die chirale Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Das sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einäschern konnten. Das ist in diesem Gebiet wohl so, fürchte ich. Kannst du den Regen aussitzen? Nein. Sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Oh, no! Oh, no! Wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem leeren Sturz. So kehrst zurück, klar. Aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ich habe eine Idee. Und was machen wir jetzt? Warum hängt es sich jetzt dran? What? Jetzt einfach irgendwo ins Reingestauchten soll. Oder erst mal schön, dass er aufbaut. Oh, 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 oh. Äh. Tja, viel zu versagen. Ich merks. Mach dein Ding. Hier ist eine Kurbel, ja? Und was kurbeln wir denn da? Oh! Hier zum Verteidät, ums... Okay. Mhm. Und vorsichtig bewegen. T-Druck, wenn du dich duckst und lange nachvoll bewegt, verursachen deine Schritte wegen Geräusche. Wenn du die Taste hören lässt, laufen und benutzen dich drücken. Und dann bist du am. Jetzt wieder einen Zeitregemantel aufsetzen. ok die haben bock auf mich merkt schon die luft dann wenn ich in der wenn es jetzt die luft sein können gps schule entdecken wäre die wir wusste vorsicht was die fache abt ihr denn abt ihr denn abt ihr denn oh no 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 Nein, ich verstehe. Oh no. Wie sollen wir jetzt wieder dem Wegating zeigen? zurück für ein aller oh 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 what the fck no wenn er nur und du denkst ja leider was der oder wenn du mit bb verbunden bist richtig aus dem bereich werde aus wenn außerdem okay immer zum stärksten aus ja da anders denn genau weg hier schnell weg hier schnell wenn wenn das schuh abklingt leger seine pause eine trinke aus der fettlische um sich zu holen zurück kann ich mit der weiter schauen und wir da hat sich mittlerweile ich bin ich glaube aber ich bin mal so ein geländerte fettlische auswählen warum sollte ich hier kommen alter alles klar nachgefüllt die fettflasche fühlt sich selber nachdem du die zeitregen und anderes wasser das in kontakt mit der kommt absorbiert und später das ist bedenkt was drücken kannst okay place mit incoming also sieben und dreimal sich mit leder aber noch nicht gestehen jetzt haben wir unsere energie da kommt wieder aufgefüllt dann müssen wir auch mal einen harten strahl absetzen alter dabei ist richtig schnell meine güte oh 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 Zeitringer ist weg shit jetzt können sie fast nicht aufhören ich verstehe ich verstehe dann lasst uns schnell noch zurück an die basis gehen und dann ist alles schick würd ich sagen dann das stimmt das stimmt ich bin kurz ja ich bin gern auch in proglaub glaube ich oder ich entscheide auch ich weiß nicht ich weiß nicht sind sie ja die musik ist nahe ist breitig ist die strömung ist stark wo das wasser auf sie das die menschen die monsternity auffüllen hey so ein gewisses place mit der regen und sich dafür gar nicht mehr auffüllen über uns ist schnell viel mehr wasser gehen dafür wo ist sehr viel wasser dann hab drück auf dem rucksack ganz kleiner nur die musik nicht richtig cool das sind eine breite stelle ein bisschen tiefer hier aber passt schon ach die energie war passend oh no boi chill die energie geht aber ein bisschen runter gut wenn der aus die ausdauer sinkt wähle die fählflasche aus der herzustellen ja nö alles gut wir haben wir jetzt genug ausdauer noch es wurde ein lebener organismus es ist ein es ist was den es von vor dem gestrandeten tod nicht gab der verzehr der kryptobioten stellt umgehend eine kleine blutmenge her falls nötig kannst du auch mehrere leichter essen kannst sofern nötig eingelagert und später verzehren schmack sollte bekannt sein okay scan wird gestartet bridges id wird gescannt id wird verpflichtet abgeschlossen abgeschlossen willkommen sam porter bridges willkommen in capitol not city verteiler zentrum wir wurden genau vor die leute die kosten spätten kann eigentlich das ist cool also von daher sollte das kein problem sein aber dieses bb hat zu viel abgekriegt die entsorgung ist alternativlos wasch dich und komm dann ins präsidialbüro wir müssen reden präsidialbüro ja das ist natürlich eine bindung zu aufworten na klar genau ich werde immer bei dir sein schlafe ein bald kommt die nacht ein herz genau genau alter lass jetzt mal haare wachsen das ist jetzt unser bb oder was der wach hat zwei große bs auftrag streng ein verbrennen der präsidialen die leiche abgeschlossen ja da ist der dreh die bonobot das ist im kreis oder dreieinhalb der meter fast der wieder vor amerika sie bleiben was so die connection sowie und also per du so richtig so verschieden ist es richtig liefer nein jetzt haben wir da bisschen abgegrillt die richtung ich würde ja lieber eigentlich so was ich kann auch wenn sprachzustand verschiedene verschiedene dass ich weiß nicht nicht mehr volumen war da dann kommen wir tragen ist ja auch nice das ist ein kleiner anhänger ich habe doch gesagt du und babys sind eine gefährliche kombination vielleicht solltest du mal duschen du bist ja noch voller chiralium du willst doch nicht dass die präsidentin dich so sieht was erzählst du denn da sie ist hart du bist wütend ist deswegen bb 28 leck mich doch ich bin nicht der laufbursche tja jedenfalls verdankt es dir wohl sein leben ich höre das ist so wir verdanken ihm unser leben du auch alles klar ich passe drauf auf grüßt die präsidentin von mir ich weiß was nicht noch lebt ja interessant erst mal power ab duschen auch wenn ich ja es wird langsam zeit sein das ist ein traumfänger ist es die präsidentin wenn du ihn beim schlafen trägst halte ich die albträume fern ich werde immer bei dir sein episode 2 es gibt hier einen privaten raum für dich sonderleistung nimm dir etwas zeit und was steht auch genau oder kommt danach ins präsidialbüro benutze steht im bau aber ich wir machen dann 20 30 what the heck wie die zeit vergeht im spiel oder wo läuft sie müssen durch die gegend so ich dachte 20 uhr easy kuckuck du sie hat sie nach es ist einfach kann ich irgendwie müssen sie dann machen jetzt oder was heißt du schon was sonst oder das ganze blutabraschen ich bin auf der dusche ja 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 der mund der sie am arsch nicht mehr unter uns sein aber ihr vermächtnis könnte weiterleben sam hör mir zu amerika der wieder auf sein mund ruft mega komisch das ist das gesicht unserer neuen hoffnung unseres neuen amerikas das ist die präsidentin ok meine schwester oder was zuletzt vor zehn jahren gesehen oder und in all der zeit ist sie nicht um einen tag gealtert mein körper ist noch am strand ich werde einfach nicht älter aber du schon sam du siehst gut aus danke irgendwer muss bridget nachfolgen sam vor allem muss jemand ihr vermächtnis fortführen und unser land wieder aufbauen samantha amerika strand unsere neue präsidentin ein neuanfang für unser volk für unsere nation unter amelies führung werden wir die uca gründen die united cities of america uca land wieder aufbauen aber dazu benötigen wir deine hilfe sam man damit bin ich durch mein abschied von bridget war mein abschied von euch allen wir haben dich nie vergessen sam du bist weggelaufen du hast uns verlassen ich würde gerne wissen was sie gemacht haben was ich so entschieden habe Annalie startete eine expedition nur die besten aus bridges 1 und ging nach westen ich führte sie an kratern und gd gebieten vorbei ich habe auf sie aufgepasst während sie nach überlebenden suchten nicht ein gd hat sie übersehen sie sah sie schon aus der ferne nicht ein gd hat sie übersehen sie sah sie schon aus der ferne wir brauchten drei jahre aber wir schlugen uns bis nach edge north city durch bis zum pazifik meine güte ja aber dann ging alles schief das team wurde ausgelöscht und amelie wurde entführt warum ich bin nicht in einer zelle oder sowas eingesperrt ich darf ihre infrastruktur nutzen und mit euch sprechen wann ich will nur die stadt darf ich nicht verlassen das alles soll die unabhängigkeit von edge north city sichern jedenfalls sagen dass ihre entführer sie wollen dass die uca sie in ruhe lassen amelie ist ihre versicherung für den fall dass wir das nicht tun wir heißen diese arschlöcher nochmal homo demons eine militante separatisten gruppe sie regiert edge north city ich hab von denen gehört ein haufen terroristen denen steppen mordet und krater hinterlässt genau äh die schrecken vor nichts zurück das ist nicht gut leeres stürzen und so ganze städte auslöschen würde ich sagen ihr glaubt die stecken hinter dem selbstmord der central not zerstört hat möglich wärs es gibt überall extremisten wie die dänen zu die heimlich etwas planen sie sind von natur aus dezentralisiert keine organisation hält sie zusammen nur die gemeinsame ideologie ich weiß dass nicht jeder unsere zukunftsvision teilt wenn wir amerikaner nicht wieder zusammenfinden überlebt die menschheit nicht menschen im ganzen land habe ich die botschaft meiner mutter verkündet aber nicht jeder wollte sie hören nicht wenige wollten für sich bleiben sich lieber alleine durchschlagen mhm ja gut okay ne wie du sam mhm sie glauben amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufhauen für mich durch menschen die ihnen etwas vorschreiben ihnen die freiheit nehmen und ihnen fesseln anlegen und was habt ihr mir angelegt fesseln ihr seid nicht besser als die demons bloß ein anderer kult das sind keine fesseln sam sie stehen für unsere bindungen das ist es was wir jetzt brauchen nicht getrennt sondern zusammen chirale knoten bilden uns verbinden sam wir möchten dass du zu ende bringst was amelie begonnen hat die leute die sie zurück gelassen hat haben viele chirale netzwerk terminals errichtet aber noch sind diese terminals isoliert du musst sie ans netz anschließen oh nooo er enthält alle sicherheits- und betriebsprotokolle das hab ich die ganze Zeit schon um ein terminal ins chirale netz zu bringen geh mit dem cupid nach westen sam und verbinde unsere große nation und wenn du edge not city erreichst man könnte einfach sagen usb ist die kette aber bring sie nach hause oh ich komme weder zu euch noch zu irgendwem nie wieder warte was ist passiert dass wir so abgegeben die wir sind siehst du als wäre ich nicht hier so wie es immer war sam sam warte mal stopp hör mir zu amerika braucht dich euch beide die verkabelung der welt hat krieg und leid kein ende gesetzt ihr braucht euch nicht wundern wenn der nächste versuch wieder scheitert wir drehen uns im kreis verbinden neu verbinden so einfach ist das nicht schon gut schon gut sam reg dich nicht auf ich verstehe verstehst du wirklich ja ok ruh dich erstmal aus gute idee wir alle brauchen schlaf wer den zu lange aufschiebt tritt ganz schnell in verbindung mit der anderen seite die nötigen wartungsarbeiten sind fertig du wirst von den anpassungen und der feinjustierung profitieren du kannst es wieder benutzen anscheinend sind dooms und bibis hier mal eine gute kombination oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie so beschreiben ja die nase wir schon süß ja jungen nicht jetzt endlich rf ist auch nicht da weil ich meine rf ist stimmt also noch zweieinhalb stunden stream Raffa bestimmt arbeiten. Nein! Mann, du 20 Minuten Cutscenes, bitte. Ich muss aufs Klo. Wieder am Strand. Oh, das ist Amelie. Amelie? Amelie. Ich bin A, nicht I. Amelie. Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Why? Weil ich aus Sam Potter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Mh. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Die anderen sind in der Küste angespültigen kann. Aber wir sind nicht mehr. Es ist nicht mehr. Aber ich fühle dich. Aber wer kann mich nicht mehr übernehmen. Aber wir sind nicht mehr übernehmen. an den strand ich warte auf dich oder in die stadt da wo sie den fangen gehalten ob er in die stadt ne nämlich schon seit 15 minuten eine katz oder so ist mehr ein film als ein spiel ich das gefühl ich sehe den raumfänger noch hallo das band ist super lang immer diese kaktos das steht ja nicht im mod machen dass ihre weg sind was denn noch kannst du dich ausruhen deine ausrüstung überprüfen informationen nachlesen sprich einfach unser personal falls du fragen hast aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen habe ich auch einfach ich möchte noch bloß speichern mal ich habe ich möchte was angucken Nee. Da habe ich jetzt einfach direkt schon wieder rausgelassen, das kann nicht sein. Ja, Figuren ansehen, ja mach, go. Bist du jetzt mal da? Waffenregal ansehen, klar, mach mal. Hallo, wir kennen uns doch. Ich leite den Bereich für Lieferungen, sowie Instandhaltung und Reparatur. Für den Orang haben wir jetzt angehabt. Ich bin jetzt schwarz nachher im kurzen. Mama, natürlich. Die Fasern ist sehr gut angesprochen. Die Fasern ist sehr gut. Das ist Baby drin, okay. Ausrüstungsregal ansehen. Dieses Fach entfernt alle Chiralium-Rückstände an deinem Anzug. Apropos Anzüge, das Lieferpersonal trägt blau, das medizinische Personal rote, die Leichenentsorgung orangefarbene und das Sicherheitspersonal schwarze. Ach, das ist jetzt medizin rot, okay. Hab ich ihn ändern. DLCs, golden, 80 Euro. Oh. Äh. Äh. Weg. Ab nichts. Sam, hier ist Dadman. Ich hab dein Baby mit den physiologischen Daten kalibriert, die wir über dich gesammelt haben. Mhm. Es ist trotzdem nur eine gute Schätzung. Wenn du draußen warst, können wir prüfen, ob ihr synchron seid und die Baby-Sensivität nach Bedarf anpassen. Okay. Ah, das kann man zwischen ganz einzeln sagen. Okay. Das ist gut gemacht. So, wir lassen uns erstmal schön Toilette im Sitzen, äh, natürlich im Sitzen, also bitte. Natürlich im Sitzen benutzt man Toilette, ja. Sam, Hartmann hier. Ich versuche die Geheimnisse der Strände, des gestrandeten Todes und auch jene von Dooms und der Wiederkehrer zu lösen. Wenn du dich erleichterst, wird eine gewisse Menge an chiraler Materie aus deinem Körper gespült. Chirale Materie kann die Hormonsekretion und die Nervenfunktion verschlechtern. Es gibt einen Zusammenhang zwischen der Belastung und der Entwicklung von Phobien, sowie in extremen Fällen gewalttätigen und suizidalen Impulsen. Och, yeah. Chiralium-Kontamination gilt seither als ein Auslöser für den Ausbruch von Dooms. Lass mich für meine Forschung bitte eine Probe deiner Ausscheidung nehmen. Damit können wir nicht invasiv deine Chiralium-Belastung und deine Gesamtgesundheit überwachen. Ich geh jetzt nicht auf die Samen, meine Fäkalien. Ekelhaft, Alter. Timon aktivieren, ja. Guckt sich die Sponder der Scheiße hier an, das seh ich nämlich nicht ein, ja. Ich nehm mich kein Geld verkaufen. Oh Gott, no, Alter. Du hast nicht auf alles zurück, aber du wirst trotzdem genügend Informatives finden. Okay. So, hier können wir jetzt bei System wahrscheinlich speichern. Ja. Easy. Ich würd sagen, damit, ähm, ja. Aber wie ich sagen, einen guten Einblick bekommen wir jetzt bei Death Stranding jetzt. Zweieinhalb, fast drei Stunden. Alter, wie spät es einfach ist, ja. Ähm, wir gehen noch zu der netten, wunderbaren, äh, reizenden, gut aussehenden, äh, gut riechenden und sympathischen Kitty Sweetie rüber, ja. Ähm, die spürt gerade, was spürt die gerade? Minekraft, ja. Ähm, und sagen hallo und beenden den Stream damit hin und so. Ich würd mich freuen, wenn wir uns am Freitag wiedersehen um 8 Uhr zu wunderbaren neuen Livestream. Und, äh, ja, ne. Ansonsten habt doch mal schon Abend und, äh, viel Spaß bei Kitty und so. Ja, ne. 8 Uhr geht's los. Und ich würd mich freuen, wenn wir uns dann am Freitag dann 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 wiedersehen. Ja, ich morgens krieg mir meine zweite Impfung. Mal gucken, wie es mir geht. Ob ich dann am Freitag dann alleine bin und sage, hey komm, das funktioniert ganz gut. Ob ich dann sage, ah, er bin jetzt mega kacke. Werden wir sehen. Keine Ahnung. Der Stream macht auf jeden Fall richtig Bock. Bis jetzt. Finde ich ganz cool. Ähm, ich verstehe, was muss die Hälfte gerade sein. Alles so BBs und CDs und GDs und bla. Und Chi und Chenin. Und... Chenin-Lächer. Ich auch mal Chenin, Alter. Chini ist aber auch was mit drin ist, also. Gut, wir gehen wir zu Kitty. Ich quatsch zu viel. Ich wünsche euch viel Spaß. Bis Freitag. Macht's immer. Yay. Spannende 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 Steven, acht bis imposte, weiß es ein Untertitelung des ZDF, 2020